Heute gehe ich wieder mal auf die Meselolm. Da tue ich nämlich das Katzl fordern. Das tue ich jetzt schon am zweiten Winter und zwar gehe ich da unregelmäßig regelmäßig auf und bringe ein bisschen frisches Futter mit. Sie ist ja das ganze Jahr oben. Auch wenn die Würzleit nicht oben sind, kann sie ein und aus und hat drei Futter und sie ist halt ein total freiheitslebendes Katzl. Na, wo ist denn meine Katze? Na, da kommst du her. Na, da kommst du her. Jetzt komm her zu mir. Na, meine Katze komm. Na, meine Katze komm. Na, meine Katze komm. Na, du warst Katze. Na, jetzt schnell gehen wir auf. Jetzt gehen wir schnell auf. Ja. Jetzt komm. Komm, komm, komm. Jetzt sind wir gleich oben. Jetzt sind wir gleich oben. In die Matern ist Ihr Nichts primera finanziell zusammen mit dem Na, meine Katze. Danke schön. Ja, gut, kann man schön. Na. Ja, unsere Tecken ist schön leerm. Haben alles schon rausgerissen. Ja, alles haben wir schon rausgerissen. Das sind die Besserwärts. Steffen. dass es leichter zukommt zum Fressen, ja gleich, gleich kriegst du das Fleisch, gell? Ja gleich, da ist das Fleisch, Mann ist das gut, ach, ist das gut? Ja das ist gut, gell? Ja brav, ja. Angefangen habe ich mit den Futtern vor zwei Jahren und zwar da hat der Tierarzt ein Auge entfallen, am ersten weil es mit einem Viechkraft hat und seitdem habe ich es halt ins Herz geschlossen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.